ThyssenKrupp Infrastructure Führender Anbieter im Tief-, Hafen- und Spezialtiefbau. Bei weltweiten Infrastrukturprojekten decken wir das komplette Leistungsspektrum ab. Unser Produktportfolio umfasst Profile, Maschinen, Grabenverbau und Traggerüstbau. Bausteine unseres Systemlösungsprogramms sind der Verkauf und die Vermietung von Stahlspundwänden, Ankertechnik und Hochwasserschutzsystemen aus eigener Produktion sowie renommierter Hersteller. Umfassende Beratung, technischer Support, Logistik und Leasing runden das Portfolio ab. Für Hafen-, Offshore- und Spezialtiefbauprojekte sind wir weltweit einer der führenden Hersteller im Bereich Vibrations- und Bohrtechnik. In Verbindung mit einem fundierten technischen Konzept bieten wir maßgeschneiderte Komplettangebote. Unter der Marke Immuns und Staudinger Krings sorgen unsere Verbausysteme bei Tiefbaumaßnahmen für wirtschaftliche und verfahrenstechnische Lösungen unter sicherheitsrelevanten Aspekten. Einen herausragenden Stellenwert hat dabei unsere projektbezogene Beratung. Für Großbauprojekte liefern wir unter dem Produktnamen Rö-Roh komplexe Traggerüst- und Vorschubsysteme. Überall, wo schwere Lasten gestützt oder verschoben werden müssen, sorgen wir für sichere und wirtschaftliche Bauabläufe. Von der Konstruktion über die Bereitstellung des Materials bis zur Montage sind wir ein kompetenter Partner. ThyssenKrupp Infrastructure Mit gebündelter Kompetenz und maßgeschneiderten Lösungen schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden. Jungs imhigh 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020